Ja, okay, Qualifikation. Eigentlich hatte ich ja keine Lust, was zu schreiben, aber so ein paar Wack-Em-Seats, der legt man doch immer mal gerne. Also ja, freut euch. Yeah, bla bla, isig, weil ihr hingeschissen, ihr denkt, ihr geht's ab, ist euer Gehirn aufgerissen, ihr wacken, piss, habt keinerlei Takt gefühlt und um aufgenommen zu werden, weh, mal am Sack gewühlt. Oder euch hochgeschlafen, direkt ausgeblasen, mein Rap ist so lobt, da könnt ihr euch die Schore sparen, mit solchen Skills kommt man sonst nicht. Insuniert auch solche Möchtegern-Rapper wie euch, gibt es nur hier. Könnte man ja schon als Freakshow bezeichnen, sagt mir, wohin wollt ihr mit euren Billigen vergleichen? Euer Rap ist schwach, macht Schluss mit dem Unsinn, denn ansonsten müsst ich euch noch lyrisch umbringen. Das gesamte Tut mir besteht aus unbedeutenden Lappen, ich würde auch gewinnen, würde ich sie dabei belassen, doch wir wollen den Zuschauern ja auch was bieten, nur werden die Battles nichts bei solchen Mieten. Beschissener Dreck, ich glaub, ich steig aus, der für das Turnier bestimmt weht nie gar geil aus, ich bin der Stärkste im Teilnehmerfeld, kommt her und ich zeig euch, wie jeder Teilnehmer fällt. Yo, eure Texte sind nicht andersweise durchdacht, doch in Anbetracht eure Wackness angebracht, aber ich glaub euch, ihr fickt meine Mom, diesen Phrasen nach habt ihr echt keinen Plan. Rap hat sich entwickelt, doch ihr seid ja oldschool, eure Lines punchen nicht, auf Sloan putt ihr dich voll cool, nach meinen Lines wiederum braucht ihr nen Rollstuhl und euer Reimschema gleicht eher einem Whirlpool. Wow, krasses rumgeflexte meinerseits, meine Lines sind eine Reihe, geiler Scheiß, jetzt versucht ihr auch so krasse Reimketten zu schreiben, doch wird es wohl bei eurem Nichts können bleiben. Bitch